Hallo, ich grüße euch. Heute sage ich euch, wie sie mit INSCAPE einige kleine tolle Sachen einfach zeichnen können. Also zum Beispiel zeige ich euch, wie sie mit der Spirale einfach so Zeichnungen erstellen können. Wir legen sofort los. Also wir holen das Werkzeug, das ist hier auf meiner linken Seite, wo ich einfach da drauf drücke. Dann holen sie das und dann können sie einfach hier anfangen, einfach zu zeichnen, wie sie einfach wollen. Sie sehen schon, wie ich einfach mache. Also sie drücken einfach mit ihrer Taste und dann mit der Maus auf. Und dann können sie viele Zeichnungen einfach machen. Also sie sehen schon, was wir hier machen. Und natürlich haben sie die Möglichkeit, einfach viele Abweichungen einfach auch zu machen. Sie sehen. Oder sie machen auch ein bisschen weniger und von daher immer ein bisschen, ja, können sie anstellen, wie sie einfach haben wollen. Und natürlich können sie auch viele tolle Effekte auch erzeugen. Sie sehen schon. Und mit den Umdrehungen können sie auch tolle Effekte so erzeugen. Sie sehen schon, wie es sich verändert. Und von daher sehr, sehr gut, sehr schön auch. Und immer wieder, wenn sie etwas Neues machen wollen, dann machen sie es. Entschuldigung. Und mit den Umdrehungen können sie einfach ändern und mit den Abweichungen können sie auch ändern. Und natürlich haben sie auch die Möglichkeit, mit dem Reitungsort zu ändern, wie sie einfach wollen. Und ich zeige euch, wie es einfach geht. Also wir machen noch kleinere, tolle Sachen einfach hier und dann zeige ich euch, wie es einfach geht. Also sie sehen schon, wie wir, was wir da machen. Und natürlich haben sie die Möglichkeit, die Farbe einfach anzusetzen und zu ändern, wie sie einfach wollen. Sie sehen schon, wie wir einfach die Farbe ändern. Und wenn sie markieren wollen, dann holen sie dieses Fleckzeug hier. Dann können sie zum Beispiel etwas hier markieren, wie sie einfach wollen. Sie können zum Beispiel so ziehen und von daher hier und einfach sie können auch holen und einfach irgendwo positionieren, wo sie einfach haben wollen. Und von daher sehr schön, sie können auch natürlich auch hier positionieren oder da, wo es war. Und sie können alles damit machen. Kleiner, viel größer und einfach alle Sachen einfach umändern, wie sie einfach wollen. Sie sehen schon, was für ein tolles Bild hier erzeugt haben. Und sie können die Farbe natürlich immer wieder ändern. Und auch hier können sie natürlich die Sachen ändern, wie sie einfach wollen. Sie sehen schon, was wir hier erzeugen. Und von daher, ja, können sie einfach gucken. Und mit der Farbe sieht es, wird es einfach schön sein. Sie können die Farbe ändern, falls es euch nicht mehr so gut gefällt. Und wie gesagt, mit dem Werkzeug können sie einfach die Sache mal auswählen, wie sie wollen. Und von daher sehr schön. Und mit der Farbe können sie einfach immer wieder ändern, wie sie wollen. Und von daher ganz wichtig. Und wenn wir weitere tolle Sachen erzeugen wollen, zum Beispiel nochmal größere Kreise. Sie sehen schon, man kann größere Kreise machen oder kleinere Kreise. Sie sehen schon, wie es sich verändert. Und von daher gibt es sehr schön. Immer wieder, wenn sie nochmal positionieren wollen, dann holen sie einfach dieses Werkzeug hier. Und dann können sie einfach da drauf drücken. Entschuldigung. Da drauf drücken. Und dann können sie einfach entweder so verkleinern oder vergrößern oder einfach anstellen, wie sie einfach haben wollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und von daher können sie auch ziehen und alles machen, was sie wollen. Und natürlich haben sie nicht nur diese Möglichkeit, sie haben auch viele andere Werkzeuge. Aber heute möchte ich auch nur mit dem Werkzeug einfach begeistern. Und sie sehen, wie wir einfach die Sache machen könnten. Sie können tolle Effekte erzeugen. Sie sehen schon. Also von daher sehr schön. Also viele Kreise. Also viele Kreise. Nicht nur Kreise. Wir können viele Umdrehungen einfach zählen. Und wir sehen schon, was wir erzeugt haben. Und hier können sie die Umdrehungen immer wieder ein bisschen dicker machen, fetter machen. Und sie sehen schon. Und mit der Abweichung können sie natürlich einfach enden. Und von daher sehen sie schon, was wir jetzt haben. Viele tolle Effekte. Und von daher sieht es einfach sehr schön aus. So können sie einfach mit dem Werkzeug viele tolle Logos einfach so erzeugen. Und mit der Abweichung können sie immer einfach ändern, wie sie einfach wollen. Und weiter einfach arbeiten, wie sie einfach erreichen wollten. Und mit der Farbe können sie natürlich auch ändern, wie sie einfach wollen. Sie sehen schon. Und markieren sie die Stelle und ändern sie. Und natürlich haben sie auch die Möglichkeit, mit Farb einfach zu transformieren. Und ich zeige euch in dem nächsten Video. So. So. So.